Hi, ich bin der Max. Hi, ich bin die Carol Ann. Und wir sind die Campus Crew der Hochschule Fulda. Wie, du hast noch nichts von uns gehört. Dann wird es jetzt aber Zeit. Die Campus Crew, die hat für alle was parat. Für Studieninteressierte, für Studierende oder für alle, die an der Hochschule Fulda interessiert sind. Hey, ich bin der Dennis. Wenn du mehr über einen bestimmten Studiengang erfahren möchtest oder auch die Hochschule hautnah erleben willst, bist du bei uns richtig. Wir helfen dir, im Studierendenalltag den Überblick zu behalten und können dich auch an wichtige Kontaktpersonen der Hochschule Fulda vermitteln. Nutze doch einmal unser Angebot Rentastudi und begleite uns einen Tag auf dem Campus und in den Vorlesungen. Genau, und so siehst du, ob dein Wunschstudiengang auch tatsächlich zu dir passt. Gerne kannst du auch mit deiner Schulklasse vorbeikommen oder wir kommen euch besuchen. Natürlich sind wir für euch per E-Mail oder auch in unserer Telefonsprechstunde erreichbar. Und dort könnt ihr uns alle Fragen stellen, die ihr so habt. Zum Beispiel, wie man in Fulda eine Wohnung findet, wie uns unser Studium gefällt oder wie wir uns überhaupt finanzieren. Auch bei Problemen helfen wir euch weiter und vermitteln euch an die zuständigen Stellen der Hochschule Fulda. Hi, ich bin Katrin. Wo du uns am besten antreffen kannst, ist zum einen der Hochschulinformationstag, der lange Abend der Studienberatung oder auch auf Messen. Wenn du willst, dann mach doch gleich einen Termin per E-Mail oder während unserer Telefonsprechstunde. Wir freuen uns auf dich. Du hast Fragen? Und wir haben die Antworten. Und was wir nicht wissen, das fänden wir für euch heraus. Campus Crew, the team for you! Wohooo! Wohooo!